nein nein ja danke nein 30.000 euro bitte schmerzensgeld okay dann muss leider ins video reinkatten schade boah geil ich bin traitor steht gegen fünf leute wollte mich komplett fertig machen auch kommen einen flauschigen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal es gibt wieder ttt auf dem meinsucht.net server moin meister hier will ich gleich genau dir das eisenschwert klauen ja ist ja nicht so schlimm ich glaube trotzdem das eisenschwert weg und was noch geiler ist du wirst nicht mal die chance haben weil ich so krass im spam bin überschätzt euch nicht oder weil hier niemand ist das kann auch sein so mein schwert so digitale okay also wenn er es nicht gesehen hat und er kein traitor sind alles wieder heute nur verräter hier ne er war nicht mal ach nee ach bitte leute es ist zwar erst äh wie spät 11 uhr 18 aber ihr könnt euch trotzdem bitte ein bisschen konzentrieren in der schule pennt ihr sonst auch eher um 9 oder so stimmt ich wollte sogar heute um 8.45 Uhr aufstehen oder zumindest habe ich mir da den wecker gestellt und ich glaube ich habe ihn ausgemacht weil ich bin erst 10 uhr 10 aufgestanden ich kann mich nicht erinnern den wecker ausgemacht zu haben das finde ich wirklich komisch haha nein nein tschüss 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 hau ab hau ab hau ab ich will dich nicht sehen hä wie kommt sie jetzt ach ja sie ist runter gesprungen oh moment mal da bleibt ja nicht mehr viel übrig okay wer ist denn jetzt okay sie ist okay nächstes mal töte ich einfach flower kein bock mehr die drückt nie den knopf also töte ich sie das nächste mal herzlich willkommen scheiße kennen eigentlich die schüler heutzutage immer noch bis 12 uhr 13 oder 14 uhr weil es würde mich mal echt interessieren weil wir sind hier gerade zu viert in der runde und hier ist nichts los und um diese uhrzeit finde ich das schon ein bisschen merkwürdig was die denn hier so machen so wo ist denn hier der tester oder nein 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 ja danke nein nein ach komm schon flower was machst du eigentlich heutzutage du kannst echt ja gar nichts das ist die wahrheit kannst nix schäm dich ich weiß ja wenn du es weißt dann ändert will die mir sagen ernsthaft sagen um fast 11 uhr 30 es ist früh sagt mal geht früher ins bett meine güte dann könnt ihr auch wenigstens mal bei ttt bisschen entspannter euer hirn anstrengen und nicht sowas fabrizieren was ihr eben was du eben gemacht hast dafür solltest du dich echt schämen außerdem bist du mit deinem ellebogen irgendwo dran gekommen oder warum sieht dein nein dein skin sieht so aus wie dein nervensystem gerade einfach nur schrecklich so Moment wir sind nur zu drütt das heißt einer von den beiden ist aha was wird denn das na jetzt reicht ey ich hab ich hab's auf aufnahme 30.000 euro oder die szene wird veröffentlicht 30.000 euro bitte schmerzensgeld das äh hab ich leider nicht ja ok da muss ich leider ins video rein cutten schade oh schade oh schade wo ist denn die jetzt hin ja lachen dich nur aus du hast businessfrei falsch geschrieben oh 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 man immer erschrecke ich mich so komm jetzt mach sie fertig oder mach sie fertig die kleine scheißerin hier ja sehr schön sehr schön sag ich doch flower kann nix nicht mal als traitor ist sie gut absolut schau nach auf google gleich fertig ein auslachen oh stimmt was ein loser lol lol yo ich kann in die map reingucken boah bin ich krass so leute ihr habt heute mal wieder was gelernt das waren meine koordinaten die braucht ihr grad nicht unbedingt es sei denn ihr wollt meine bären sporen im gras für euer portfolio übernehmen dann könnt ihr die gut gebrauchen ich kann einfach durch die map gucken lebi mod regelt tipps und tricks bei teddy ach die stirb einfach loser das war für vorhin die sticht mich doch gleich ab ok nächste runde bringe ich die einfach um kein bock mehr nächste runde bringe ich die einfach um ich bringe jetzt einfach flower um hab kein bock mehr dies immer oh was für feier sind die uncool die haben nicht mal lebi mod hä bei mir wird gar nicht angezeigt dass die lebi haben lul ne b ac hä aber aber ein lebi cape boah wer spielt denn mit b ac auf mein sucht also sowas unverschämtes habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und optifine ja aber das lebi ist das coole weiß gar nicht ich wusste ich mal wohl nicht glaub ich wollte nicht meins irgendwann wieder bei optifine anmelden um mein cape zu ändern aber die meinen ich habe kein konto unter der e mail die wo ich mich registriert habe deswegen ist ein bisschen komisch aber ok ja das war eine super runde so by the way hier alle lebi mod nutze außer die beiden dass die sich nicht schämen so ich habe dann noch ein bisschen was hinzugefügt weil ich ja ja nicht so unrecht habe was denn lügen darf man nicht sagen wurde mir mal beigebracht habe ich es trotzdem gemacht ja außer minecraft nö moment doch im ne her ich bin gerade selbst verwirrt von mir ach egal boah geil ich bin traiter steht gegen 5 Leute wollt ihr mich komplett fertig machen ach kommt ist doch nein 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 Ich würde am liebsten die gleich umbringen Weil die ist immer Traitor Stimmt, ich wollte hier die letzte Runde eigentlich umbringen Aber da war die Runde zu schnell um Nein, geh weg Okay, da ist jetzt meine Chance Zwei aus dem Weg zu räumen Ey, was hau Na hör mal Nein, 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 nein Junge Unverschämtheit Das gibt Das gibt ne Anzeige, aber sowas von Oh Gott Er erschreckt mich doch nicht so Jetzt fliegen hier nicht nur Regentroppen, sondern auch noch Leute vom Himmel Ha, ich bin ein echter Gangster Was ma- Hä? Äh? Was macht denn der DT- Hä? Hä, was macht denn der Detektiv Warum schießen sie uns denn ab? Sind sie dumm? Ja, Junge, die checken das Geld nicht, mein Lieber Der eine Chip benutzt sowieso BRC also Ja, der ist eh uncool Der hat hier eigentlich nichts zu suchen Aber Mardo, was ist? Ich komme hier gerade so wie die AfD vor nur in Minecraft Version So, was machen wir denn hier? Äh Nein Ja Ja, 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 ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Ha-ha-ha Get rekt, booi Das war zu strong Krass, krass, krass Jo Ich bin ein echter Gangster Ich muss nichts außer zwei Leute killen und den Rest macht ihr schon. Dankeschön. Da habe ich wenigstens eine gute Runde für meine Aufnahme. Ihr seid hässlich. Tschüss. Scheiße, ich bin tot. Und was soll das darstellen? Dein Nervensystem, wenn du deinen Ellenbogen stößt? Guck mal hier meine Ohren, das ist Nase. Die Ohren sehen aber ziemlich komisch aus. Und warum sitzen die hinten noch nicht an der Seite? Ah, meins. Der Teddybär, so heiße ich. Was ein Zufall. Premiumskins, was für Premiumskins. Euren Skin kann ich im Maxi mal... Da brauche ich nicht mal fünf Minuten für. Das sind einfach nur Trollskins höchstens. So. Nein. Oh Gott, das war knapp. Ich vertraue dem jetzt mal. Auch wenn er BRC Nutzer ist. Äh. Was war das denn? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten ziehen wir uns bei einem neuen Video auch rein. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.